So, ich habe jemandem geantwortet, der Probleme hatte mit dem Gebet, der gedacht hat, man müsste immer genau zur Zeit beten. Also genau, jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt musst du beten. Jedes Gebet, Fajr, Dhor, Asar, Maghrib, Esha, jedes der fünf Lichtgebeten, hat eine Zeitspanne. Eine Zeitspanne, okay? Das Fajr-Gebet von Tul'ul-Fajr, von dem Morgen, bis zum Sonnenaufgang. Wer vor dem Sonnenaufgang einen Rakat gebetet hat, hat das Gebet erreicht, okay? Das Dhor-Gebet bis zum Asar-Gebet, bis zum Eintritt des Asar-Gebetes, okay? Wer es vor Eintritt des Asar-Gebetes, ein Rakat-Gebet, hat das Gebet erreicht. Und all die anderen haben auch eine Gebetszeit. Beim Esha-Gebet ist zum Beispiel die vorherrschende Meinung, bis zur Hälfte der Nacht. Eine andere Meinung ist, man muss das Gebet immer bis eine Stunde vor dem Eintritt des Gebetes gemacht haben. Ist also völliger Quatsch. Ich verstehe nicht, warum Leute, die keine Ahnung von der Religion haben, sich unbedingt sündig machen müssen. Unter einem Kommentar, wo ich jemandem das Gebet leicht mache, der vielleicht nicht betet, es schwer machen. Jetzt kommen vielleicht Leute, die das hören und wegen dem Schwachsinn, den du hier laberst, und beten nicht. Lassen das Gebet. Deswegen fürchte Allah. Der Prophet, a.s.w. wurde immer wütend. In der Regel wurde er nicht wütend. Die Situation, wo er wütend wurde, war, wenn Leute anderen die Religion schwer gemacht haben. Und Allah, subhanahu wa ta'ala, verbietet es ausdrücklich, über die Religion zu reden und seinen Senf dazuzugeben, wenn man kein Wissen hat. وَلَا تَقْفُمَ لَيْسَ لَكَ بِعْلْمِ Ja, deswegen muss man sich angewöhnen. Wenn man keine Ahnung von der Religion hat, den Mund halten. Muss das Gebet immer bis eine Stunde vor dem nächsten Gebet machen. Also, Fajr-Gebet bete ich dann eine Stunde vor Zorra, ist schon lange Sonnenaufgang gewesen. Und Assa-Gebet, oh, jetzt ist schon nur noch eine Stunde bis, und Zor-Gebet, jetzt ist nur noch eine Stunde bis Assa, oh, jetzt kann ich nicht mehr beten. Ich habe das Gebet verpasst. Das Gebet überhaupt nicht verpasst. Dann fangen Leute, hören Leute auf zu beten, weil Unwissende, die keine Ahnung und es anderen schwer machen. Ja, deswegen lernen und Mund zu machen, wenn man keine Ahnung hat.